einem wunderschönen guten damit herzlich willkommen zu einer neuen folge und anger foot denke mal wie wenn heute die kontaminierer abschließen können dann haben wir wahrscheinlich die hälfte des spiels durch die wieder barfuß okay gut aber das level hat ja auch noch nicht begonnen aber den pfalen folgen komm gleich hier das ist nicht der weg auch nicht gleich nach unten macht ihr hier so ich muss töten das ist wegen meinen schuhen ach du scheiße nein wie blöd ist das denn nein hör mir auf nein das ganze nicht machen nee eingetretene türen explodieren so nein das kann ich nicht machen vergiss es nee das geht nicht drehe ich ja durch so so ja äh okay ja was ist es nicht so was ist mir passiert sag mal geht es noch junge 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 da geht es gerade ab auf einmal ich habe die nicht getroffen okay aber so nein na guck mal wie er tanzt blöde wichse weg da mit der pump gun äh was hatten diese pump gun wie der range Jesus Christ Da komm So Wie wär das Ding, Junge? Meine Güte, du Wie geht's durch für mich? Nein, weg da Perfekt, Junge, Alter, ich bin so dumm Ich bin ja mal so richtig dumm Naja Man lasst jetzt hier erstmal spawnen So Okay Er ist weg Sehr gut Okay Jesus Ey, mit der Wummer Alter Ah, guck mal, hier ist ja jemand Ei Oh, nächste Okay Ne, lass den Scheiß, bitte Okay Alter Richtig am Eskalieren hier Ne, noch so ein Tentakel Ne, ne Aber du Du bist aber easy Okay Will ich das kaputt machen? Ne Gut Bin ich für Slime Therapy Okay Weg da Ja, der geht halt Mit einem Kick Alter Weg da Ist da Ist da jemand? Ne Ne Ah Dieses Scheiß Also es geht schon ab, ne Mit den Exponsiven Türen Das lassen wir mal schön Ne Scheiße Oh ja Oh ja Das ist eher nach meinem Gusto hier Hallo? Keiner hier Pumpgun Brauche ich nicht Geh jetzt aber nicht drauf Okay Gibt noch einer? Ja, der da hinten Ist mit dir Weg da Sommer Da ist ja noch einer Okay Hab's geschafft Jesus Christ Äh Wie ist denn der Ohne das ist ein Glaszylinder kaputt Ja gut Ich hab die ja selber Kaputt gemacht Fuck it Nächstes Level Experimentelle Forschung Okay Nur mit dritten Werden zusätzlicher Stern Aber Frage ist Will ich das? Aua Hä? Hehehe Na? Hat sich ausgeschissen Alter Alle weg? Ja Gut Monster Perfekt Okay Shit Shit Immer deine Waffe Danke Was ist da? Schlangen Ja okay Schlangen Menschen Besser gesagt Ja okay Ne weg da Die auch Eine Fresse du Diese blöden Schlangen Ne ne Ah ah War ganz sicher nicht Was haben wir hier? Okay Gib mir deine Waffe Scheiße Aber jetzt nicht so klug Ne Was ist Das? Ei Ah 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 Perfekt Junge Ist er tot? Ne Da ist noch mal einer Okay Was ist mit dir los Junge Okay Dann ruhig Durch Alter Die Zielen gut Ne Noch einer Ja Da ist einer Auf einer Dass du jetzt wirklich An jeder Ecke Gucken Ja ja Hab schon verstanden Shit Okay Jagd die ganze Scheiße in die Luft Hier Wo geht es denn Durch Aber stehe ich da Hinten Ne Ah ja Jesus Christ Wo kam er denn? Meine Fresse du Doch was zieht er jetzt mal Sehr gut Weg da Perfekt Junge Alter Ich fick mich mit diesen Explosionen irgendwie Selber Gefühlt Komm Junge 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 Alle weg Ja Gut Bist du da nicht noch Na komm Hallo Will er nicht Okay Hände mit der nächsten Waffe Die scheiß Schlangenmenschen Wieder Komm weg da Normale Ja Gut Next Oh fuck Ja So muss ich es machen Perfekt Runter Na Ja Schreibt mich doch nicht so Wie schon Ja Ja Gar nichts hat es gebracht Ne Halt dich schnell So Da ist noch einer Er war vorhin noch nicht da Irgendwie Naja Scheiße Hä Meine Güte Okay Oh yes Ich bin dran aufm Klo Ja du Nein Warum schieße ich nicht einfach Ich bin so blöd Wirklich Ich bin wirklich Blöd Oh Schluss jetzt Keine Fresse du Okay Komm Ach Okay Guck mal die sind schon alle weg Sehr gut Ne 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 Komm was Meine Güte Ist da noch ne Schlange Egal Haut ab Da 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 Und wieder runter Da Oh ja Ja bumms Wer hat überlebt Ey Was denn aufsteht hier Da Rein aufm Scheißhaus Komm So du Okay Was ist denn mit denen los Ach Komm ey Leckere Wirklich Meine Güte Meine Güte Das Fass ist weg Okay That is good Blöde Schlangenmenschen Weg da Okay Oh nein 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 So Wollen wir noch ne neue Waffe Okay Dann die Tentakel Kollegen Okay Da Komm Hat er noch überlebt Nein Der ist so Einer schon wieder Okay Aber ganz sicher nicht Ne Verzieht euch Okay Dann mach die weg da Ne weg Hab ich gesagt Scheiße Gib mir ne Waffe Danke Ja gut Okay Ne 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 Okay Kannst vergessen Ja 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 Ist auch einer Gebt ihr doch irgendwo ne Wumme Hier Sehr gut Ich lass mir jetzt Zeit Ihr habt's nicht eilig Nee Einfach nein Ach shit Ich brauch ne Waffe Okay Danke Ja 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 Oh nein Scheiße Ja Oh baby Noch jemand hier Ja Nein 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 Wenn ich jetzt sterbe Ne 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 Machen wir nicht Hab ich sie Ja Hallo Das ist okay Ne Das ist nicht gut Das auch nicht Scheiße Gib mir halt eine mit zwei Schüssen Wir haben's Halleluja Okay Gut Und jetzt der Boss Ne Immer noch nicht Egal Tentakeltanz Let's go Ich hab gesagt Wir machen die Kontaminierer fertig Heute Dann mach ich das auch Was ist hier los Oh Gott Okay 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 Shit Ja Gut Ja gut Hier Nachschub Oh Da hinten Okay Ist es gut oder Ist es schlecht Ich nehme die Waffe Ich nehme die Waffe Also noch eine Der überall Da Okay Okay Weg da Ja Das ist gut Wir sind die nächsten Ja Alright Nächste Waffe bitte Knapp Aber ab Nein 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 Es geht ab Hier Braucht noch Waffe Hallo Danke Danke Okay Diese Geräusche Die die machen Wollte schon sagen Komm raus Nein 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 Och nein Och ist das blöd Oh Mann Ey We go again Come on Oh Ey Next Hallo Aber ganz sicher nicht Und da hinten Ne da ist noch einer So Danke Ja Das ist gut Mal neue Ey Sag mal Neue Waffe Danke Ja Hallo Arteiser Gut Nächsten Alter Meine Maus reagiert nicht Meine Maus ist so schlecht Wirklich Ich muss die mal ersetzen Manchmal reagiert die aber nicht mehr Geh weg Boah ich bin So kurz vorm Ende bin ich drauf gegangen Wow Okay Jetzt kommt der Bossfight Der Schlammbaron Let's go Gib ihm Dummer stinkender Angerfoot Du wagst es meine Kanalisation zu betreten Du willst deine Sneaker Dann hol sie dir Ja let's go Ja mit die Schuhe Jetzt bringen mir aber irgendwie nicht so viel Ne Das muss Achso muss ich warten Bis er Alter Okay Komm Ja Junge Jesus Hier Hau drauf Okay Sehr gut Ey Haut rauf So ist gut Ey Ey Sag mal Das ist ein scheiß Problem Junge Ja komm Zack Böses Arschloch Was ist jetzt Was macht er jetzt Oh boy Oh boy Das unspülbare ist er jetzt Okay Ach du mal die Scheiße Okay Was Was Muss ich das auf mich werfen lassen Und dann zurücktreten und dann zurücktreten und dann zurücktreten oder Oder Ja Ja Bist du Der muss halt nur wirklich auch treffen Ne Scheiße was macht er abgarten Okay Was macht er jetzt Ne Ne Ich bin da einfach durch, so. Zweimal. Zack. Okay. Muss aber immer schön hier eng dran sein. Ja. Häng. Ja, ja. Ah, scheiße. Jetzt hat er wieder seinen Helikopter. Ja, komm. So, einmal noch, einmal noch, wollte ich gerade sagen. Hallo. Okay. Muss aber immer schön weit weg halten, ne? Ja, komm. So, wieder das Unspülbare. Ja, mach deinen Scheiß und Gutes. Komm. Ja, ja. Komm, wirf deinen Fass. Ja. Alter. Na, komm. 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 Viermal muss ich das machen, wahrscheinlich. Oder fünfmal. Kannst du jetzt erstmal wieder ausweichen, ne? Bis er wieder das exklusive Zeugs wirkt. Da. Alter! Er ist zu schnell. Nein, das Timing muss gut sein mit dem brennenden Scheiß da, ne? Da. Wo geht's auch, ne? Bist du nochmal so ein exklusive Kollege, oder? Ach, scheiße. Schick mir nochmal so ein exklusive, komm. Hab ich Bock drauf. Oh ja. Damn, Junge. Was ist jetzt? Alter. Das Abfall-Kollektiv. Jesus Christ. Ist er? Ah. Geh noch mal ne Pumpgun. Come on. Das, äh... Das ist sein Gehirn. Das ist sein scheiß Gehirn, Junge. Scheiße. Geh nicht gut. Ich guck mir nochmal ne Pumpgun, bitte. Danke. Ah ja. Kommt er wieder ab. Komm ran. Ne, 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 ne. Komm noch um herrum. Danke. Komm schon. Ein, zwei Hitze. Haben wir ihn? Ja. Gut. Gangboss besiegt. Besiege die Kontaminierer. Gut. Nika gerettet. Wunderbare Sache. Er ist doch super. Und jetzt? Guck mal, das ist die Freundin. Hi. Wo sind die anderen Primo-Sneaker? Hier erfährst du nichts. Ich lass mir lieber einen auf den Sack geben, als zu rennen. Ha, 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 ha. Okay, okay. Ich sag es dir. Grüß Ganks haben die Sneaker untereinander aufgeteilt. Ein Paar für jeden Anführer. Sag uns, wer das nächste Paar hat. Weißt du, ich bin in letzter Zeit zu vergesslich. Einfach empfallen. Alter. Ach, jetzt weiß ich's wieder. Die Heuschrecken haben sie. Die Heuschrecken also? Von hier aus können wir die U-Bahn nehmen. Lass uns die Angelegenheit schnell regeln. Müsst doch einfach nur wieder einen Film gucken gehen, Mädchen. Alles, was du willst. Ja, Kontaminierer fertig. Zack. Die Heuschrecken. Gut. Äh, sag mal ja, neue Träter freigeschaltet. Ja, ja, ich weiß. Guck mal, was können die zum Schlittern gedrückt halten. Zum Schlittern. Okay, mach mal. Und dann machen wir doch die Heuschrecken morgen. Dann sag ich danke fürs Zuschauen. Habt einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.